Gerne zeige ich dir in diesem Video, wie du, wenn du ein neues Formulagestellst, was du für Einstellungen machen kannst. Dazu gehst du auf diese drei Punkte, Einstellungen. Das erste ist mal, ich kann auswählen, ob jeder, dem ich den Link zur Verfügung stelle, an der Umfrage teilnehmen kann. Das heisst, wenn ich ausserhalb meiner Organisation das machen möchte, macht das da Sinn. Dann, wenn ich in meiner Organisation bin und das jemand ausfüllt, dann erfasst es mir den Namen. Jetzt kann es sein, dass ich eine anonyme Umfrage starten möchte, dann muss ich das da wegklicken, denn sonst zeigt es mir den Benutzer, der diese Antwort gegeben hat, an. Und das möchte ich vielleicht nicht, auch zum Schutz der Antworten, die da gegeben werden. Dann, wenn ich das nicht anklicke, kann eine Person im Prinzip zehnmal das ausfüllen. Wenn der Name erfasst ist, dann merke ich dann, okay, jetzt hat der schon zweimal ausgefüllt. Darum macht es nur Sinn, wenn Sie wirklich nur einmal teilen können, dann kann ich das da anklicken. Dann Antworten akzeptieren, Startdatum, Enddatum, das heisst, ich kann den Zeitpunkt festlegen, wann das gestartet werden soll, wann das enden soll. Das macht Sinn, wenn ich irgendwie ein Limit setze, ein Zeitlimit, dann kann ich das da ausfüllen. Denn Forms kann auch benutzt werden, um Prüfungen zu erstellen. Dann kann ich sagen, okay, um 8 Uhr startet es, ihr habt 30 Minuten Zeit, und um 8.30 Uhr ist es wieder geschlossen. Dann macht es durchaus Sinn, wenn ich da Startdatum und Enddatum mache. Dankeschöns Nachricht, da kann man was verfassen, wenn man möchte, sonst erscheint da diese individuelle Nachricht. Das ist ein bisschen Geschmackssache, ob man das anpassen möchte oder nicht. Fragen in zufälliger Reihenfolge, macht da Sinn, wenn ich es als Test mache und Schüler nebeneinander sitzen. Dann macht es Sinn, wenn nicht die gleichen Fragen zur gleichen Zeit kommen, so ist die Chance, dass sie sich abschreiben, geringer. Und das alles kann ich da in diesen Einstellungen machen. Das da lasse ich meistens weg, es muss nicht noch zusätzlich das Mail geflutet werden.